hallo jetzt wieder frank ich wollte euch mal wieder auf den neuesten stand bringen und zwar habe ich gestern die standrohre wieder bekommen ich habe die richten lassen original ist eigentlich nichts mehr zu bekommen und wenn dann sind die völlig überteuert stück 80 90 euro das habe nicht eingesehen jetzt habe ich eine firma gefunden die sie darauf spezialisiert gabelbrücken gabeln rahmen zu richten ich habe jetzt bezahlt alles zusammen mit versand 90 euro beide standrohre ich denke der preis ist völlig gerechtfertigt die arbeit ist absolut perfekt super gerade ich habe das ausgemessen gut dann habe ich mal neuen rahmen ich bin gerade dabei ihn abzubeizen man sieht ist nicht mir viel lag dran und schön gerade er ist wunderbar als nächstes habe ich ja schon mal gesagt ich habe noch ein rd motor der scheint völlig serienmäßig zu sein jedenfalls ansatz stutzen sehr klein weil ich habe gesehen an dem von der dt ist ein riesen vergas am riesen ansatz stutzen dann habe ich meine sitzbank bezogen auch das war nicht so leicht das schwierigste war erstmal den zu bekommen denn es gibt ganz wenige die das anbieten ja das ganze anständig drauf zu machen war auch nicht so einfach da braucht man eigentlich fünf hände aber es hat geklappt der tank ist auch für die lackierung fertig gemacht jetzt bin ich gerade dabei ein schutzblech anzupassen vorne wie ihr seht ist das kann originales denn was ich sagen wollte ich habe mich dazu entschlossen das motorrad nicht in den völligen serienzustand zurück zu versetzen denn einige details also da komme ich optisch einmal nicht klar das gefällt mir nicht zum beispiel die große schutzbleche finde ich nicht so hübsch das gleiche werden die großen blinker ersetzt natürlich durch zeitgemäß kleine also da kommen jetzt keine led blinker mit kellermann oder so was das passt natürlich ob mich überhaupt nicht ja und das schutzblech muss ich auch noch anpassen bin ich gerade dabei deswegen habe ich auch die gabel hier eingebaut gut das war es erst mal bis denn ciao